In Großbeeren errichtet eine Großbäckerei einen weiteren Standort. Um beste Voraussetzungen für einen tragfähigen Boden zu schaffen, kam der Ex-Mix 10 von der Firma Stea dort zum Einsatz. Die Arbeiten wurden von der Firma Kraneis Tief- und Landschaftsbau aus Lysso ausgeführt. Der Bagger-Bodenmischer Ex-Mix 10 ist ein Misch- und Zerkleinerungsgerät für Bagger, mit dem nicht einbaufähiger Boden direkt auf der Baustelle so aufbereitet werden kann, um diesen einer Wiederverwertung vor Ort zuzuführen. Es gibt schon Geräte, die diese Aufgabe wahrnehmen, aber ob die Wirtschaftlichkeit in den meisten Fällen gegeben ist, ist fraglich, so Jürgen Stea. Es kann nicht sein, dass ein Bagger im Wert von 200.000 Euro sich damit beschäftigt, 250 Kubikmeter Erde am Tag aufzubereiten. Dies war die Frage, die öfters von Anwendern Jürgen Stea gestellt wurde. Wir machen uns Gedanken, so Jürgen Stea. Was dabei herauskam, ist ein Anbaugerät, wie es einfacher nicht sein kann. Es wird kein eigener Antriebsmotor benötigt. 800 bis 1000 Kubikmeter pro Tag können aufgearbeitet werden. Durch die Hin- und Herbewegung des Baggerauslegers, die in einer geraden Linie zum Bagger erfolgt, werden schräg gestellte Scheiben in eine drehrichtungsändernde Rotation gebracht. Es erfolgt kein Leerlauf durch Ausheben und Wiedereinsetzen und somit eine fast 100%ige Energieeffizienz. Die Scheiben sind so ausgelegt, dass am äußeren Ende Klingen aufgeschraubt werden, die eine konkave Form darstellen. Diese untergraben das Erdmaterial und fördern dies von unten nach oben und quer zur Arbeitsrichtung. Dadurch wird das Aushubmaterial zerkleinert, belüftet und mit anderem Material wie Bindemittel vermischt. Damit die Scheiben sich besser in den Boden einziehen, kann mit dem Eigengewicht des Baggers ein vertikal von oben nach unten einwirkender Druck auf das Anbaugerät ausgeübt werden. Das Gerät ist absolut wartungsfrei, ohne Hydraulik und Schmierstellen. Aus Schlamm wird Baustoff. Mit einfachen Ideen von STERR. Untertitelung des ZDF für funk, 2017